Christian Anders Liebe Christian Anders Learning Channel Fans Die Lügenmedien bzw. deren Anwälte haben versucht mich mundtot zu machen Vergebens Wir machen natürlich weiter auf YouTube und zwar mit The Christian Anders Truth Channel Bitte bleibt mir treu und kommt zum Christian Anders Truth Channel Euer Christian Christian Anders Liebe Christian Anders Learning Channel Fans Die Lügenmedien bzw. deren Anwälte haben versucht mich mundtot zu machen Vergebens Wir machen natürlich weiter auf YouTube und zwar mit The Christian Anders Truth Channel Bitte bleibt mir treu und kommt zum Christian Anders Truth Channel Euer Christian Und Phew Bye love Share Bye